Seit mir grüßt meine Pokéfreunde, hier ist wieder mal der Marcel. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Pokémon-Karten-Opening. Mit dabei wieder eine ganz tolle Box heute. Und zwar haben wir hier die Visaflor VMAX-Kollektion mit dem Graspflanzenstarter aus der Kanto-Region. Wir machen es einfach mal auf. Währenddessen erzähle ich euch ein bisschen was zu meinen Verbindungen zu Visaflor. Der Starter aus der ersten Generation. Ich habe ihn eigentlich ganz gerne genommen. War glaube ich auch der Starter, den ich am öftesten genommen habe. Hört ihr gerne in den Kommentar schreiben, in welchen Starter ihr am meisten genommen habt. Das coole von Visaflor VMAX-Kollektion entwickelt sich schon auf Level 32. Sprich 4 Level früher als alle anderen. Einziger Nachteil, die erste Pflanzenattacke, die ihr lernt, war ja Rankendieb. Und die hatte nur 10 AP, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war halt echt blöd, wenn man unterwegs war am Leveln oder so. Mit 10 AP kommt man halt echt nicht weit. Und Glut bei Glumanda hatte halt 35 glaube ich sogar. Oder 30 und Aquaknarre auch 20 oder 25. Bei Shiggy also sehr viel mehr. Deswegen 1. Aber sobald ein Rasierblatt da war, Leute, dann wurde rasiert, würde ich sagen. Hier auf jeden Fall Visaflor VMAX in Riesig. Das krasse an den Karten ist halt, dass es die Null in dieser Box gibt. Also es gibt noch keine Variante im Set. Das heißt, wenn man ein Deck damit spielen will, muss man wirklich von diesen Boxen einfach mal 3, 4 kaufen, damit du nur VMAX Karten hast. Ob das jetzt spielbar und sinnvoll ist, lasse ich mal so dahingestellt. Hier haben wir Visaflor VMAX mit Waldsturm und Gigablüte. Waldsturm macht 30 Mal Schaden. Dieser Tag gefügt jeden an all deinen Pokémen angelegten Pflanzenergien 30 Schadenspunkte zu. Ziemlich nice, vor allem mit Gortum auch so gemischt. Vielleicht könnte das echt eine coole Sache werden. Und Gigablüte macht 210 Schaden. Halt 30 Schadenspunkte bei diesem Pokémon. Also auch eigentlich ganz nett. Hüllen, hüllen, hüllen. Aber auch am Start. Dann haben wir in diesen Boxen noch drin. Wir sehen nämlich die Tutor Box davon am Freitag. Also wenn ihr da auch einschauen wollt, am Freitag gibt es die Tutor Box. Haben wir auch drin Hüllen. Und zwar mit dem Visaflor in der Dynamex Form drauf. Ich finde die Dynamex Formen jetzt tatsächlich nicht so cool. Die sind auch nicht so schlimm. Aber ich bin generell nicht so ein Freund von der Optik der Dynamex Form. Weder jetzt von Visaflor oder was gibt es noch. Pikachu, Eboli. Alle sind ein bisschen weird. Finde ich ein bisschen, weiß ich nicht. Aber ich denke, da bin ich nicht der Einzige, der so sagt. Vier Booster. Ihr seht ja mein Upside-Down-Kampfstile. Nochmal Kampfstile. Schwert und Schlitt, Flamme, Finstern ist auch ein cooles Set. Und Sonne, Mond, Ultra Prisma. Also bei der ganzen Auswahl in Sonne, Mond, Sets haben wir Ultra Prisma drin. Was richtig cool ist. Wir machen mal von neu nach alt. Nächstes Mal mal andersrum. Und mal schauen, was uns das Set so bringt. Außer halt diese wunderschöne Promo und die schönen Karten. Die Karten haben auch eine Anzahl, glaube ich, sind 65. Für 60 brauchen wir ein Deck, aber auch 5 Ersatzhüllen. Das ist eine gute Anzahl. Damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und von der Verarbeitung her scheinen sie auch eher matt zu sein. Nicht so rutschig wie die aus den Top-Trainer-Boxen. Noch ein Problem ist Visaflor V. Gut, Visaflor V gibt es jetzt schon. Aber bei der Tooltok-Boxen gibt es das Tooltok-V auch nur als Promo, meine ich, ne? Ein bisschen schwierig. Hier ist kein Code drin. Oder? Hier ist kein Code in der Box. Aber kein Code. What the fuck. Okay, die haben mir einen Code geklaut. Nice. Dann muss dieser Booster wenigstens gönnen. Mal gucken. Wir starten mit der Wasserenergie. Ein sehr wohl. Skorgo. Ich habe echt wenig Schlamm-Findes bis jetzt geöffnet. Äh, Kampfstile. Bin echt froh, mal wieder Booster aneinander zu haben. Woldi. Flurmel. Pantymos. Krebskorps als Reverse Holo. Und die Rare ist... Okay, okay. Ich, äh, finde es okay, ist der Code dabei war. Drapfel V als Full Art. Oh, sieht die cute aus. Drapfel finde ich ein richtig cooles Pokémon. Auch als zwei Formen. Halt mit Drapfel und Schlapfel. Diese etwas, äh, aggressivere Art mit Drapfel und diese süße, äh, faule Art mit Schlapfel. Richtig cool. Mit Sauerspucke und Flügelschlag. Sehr nice. Ähm. Ja, finde ich nett. Wow, bei Sauerspucke erhöhen sich die Attackenkosten des verteidigenden Pokémon um zwei Energien. Das ist auch fies. Gar nicht so schlecht. Bei Flügelschlag einfach nur 20 Schaden. Aber es ist halt ein Basis-Pokémon, also man könnte das. Also ein Basis-V-Pokémon. Kostet halt trotzdem zwei Preiskarten, wenn es zerstört wird. Aber hört sich gar nicht so schlecht beim Drapfel. Bin ja immer noch auf der Suche nach einem schönen Deck für mein Online-Tcg. Ja, im zweiten Booster haben wir wieder einen Code. Den behalte ich jetzt erstmal. Ich gebe euch den nächsten raus. Bei Kampfziel habe ich noch nicht so viele, aber ich denke, Flamme Finsterns kann ich euch mal einen rausgeben. Wir haben hier eine Unlicht-Energie, dann haben wir eine Skorgro, Puponcho, den Levelball, Ramorade, Imantis, Galaflekmons, der goldenen Glatze, Menki, Sepa, Tusker als Reaver Solo und ein Octillery als Solo. Oh, auch noch nice mit fließender Angriffs-Suche. Die gab es ja auch als Promokarte in den Prelease-Kids. Bin mir auch sicher, die fehlt mir noch. Du kannst eine fließende Angriffskarte aus deinem Decks suchen damit. Das heißt, es gibt ja fließende Angriff Energien, fließende Angriff Trainer und fließende Angriff Pokémon. Du kannst irgendeine fließende Angriffskarte aus deinem Decks suchen. Das ist nice. Auch ein sehr guter Support eigentlich. Leider natürlich eine Entwicklungsstufe, aber ich denke mir, wenn man sich so ein Deckbomb mit fließende Angriffskarte drin, kann man damit schon einiges machen. Nächster Booster Flamme Finsternis. Hier ist natürlich das Target von allen Glorock VMAX. Das habe ich jetzt schon tatsächlich. Ich lasse mich mal überraschen, was für mich hier rauskommt. Ich würde mich über jegliche Art von guten Karten natürlich freuen. Ein Code für euch. Viel Spaß damit. Einmal die Flamme Finsternis für euch. Wie immer gilt, wenn ihr so gut es zieht, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Starten tun wir mit der Pflanzenergie. Da haben wir ein Arboretos. Klick, Klack. Die Kampfhandschuhe. Galar, Pantimos. Ein Dattiri. Fritzelblitz. Das hat so böse Augen. Sieht aus, als es Tollwut oder so. WG-Mark. Panzer-Aeron. Reaver Solo. Grillmark. Und die Rare ist ein Inferno-Pod V. Auch eine gar nicht so schlechte Karte. Inferno-Pod V-Max ist nämlich gut spielbar und daher brauchen wir auch Inferno-Pod V. Nehme ich natürlich mit. Und zwei V-Hits aus vier Boostern ist schon mal mega krass. Und wir haben den Ultra Prisma Booster, wo ich mich am meisten darauf freue. Ultra Prisma hat nämlich auch sehr, sehr tolle Karten. Bin gespannt, was da noch auf uns wartet. Gehen auch schnell in der Höhne drum. Und dann sind wir auch schon durch für heute wieder. Letzter Booster. Ultra Prisma mit Solga Leo. Ultra Nekrosma in der Armähnform. Also das Fusionierte mit Solga Leo quasi. Den Code behalte ich mal. Ich denke, am Freitag kriege ich den Ultra Prisma Code, wenn ich ihn haben wollte. Starten tun wir mit der Kampfenergie. Dann haben wir Knaxel. Manafi. Jan Mega. Arakwa. Skunkapu. Ein wunderschönes Celast. Elektek. Ein süßes Haspiror. Oh, wei als Reverse Holo und die Rare ist ein Roserade. Oh mein Gott, das ist so eine Trollkarte, der mich so oft gezogen. Das ist bitter. Aber ich will mich nicht beschweren. Wir hatten eine Holo und zwei Baukarten. Eine vier Boosterbox mit so gutem Puls. Ganz ehrlich, gibt es nicht so oft. Da sind wir doch alle einig. Wir kennen ja das Pokémon TCG und wie oft das könnte und wie oft nicht. Deswegen bin ich voll zufrieden. Ich würde sagen, wir nehmen mal das Octillery raus. Das wollen wir natürlich nicht widerschlagen. Aber ihr seht es hier nochmal. Aber ich würde sagen, ihr dürft heute unterscheiden zwischen den Drehkarten. Was ist euer Favorit des Oblings gewesen? Drapfel V in Full Art, InfernoPod V normal oder Visafloor V Max, die Promokarte aus der Box. Ich muss sagen, das Drapfel V in Full Art finde ich richtig cool. Die Farben finde ich nice. Dieses gelbliche Grün und Blaue auf dem Artwork ist echt gelungen. Aber Visafloor V Max sieht natürlich auch nice aus. Und InfernoPod ist halt spielbar. Ich bin nicht so der InfernoPod-Familie, ganz ehrlich. Und ja, würde ich sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre es super von euch. Wenn ihr nicht vergesst, dem Video einen Daumen nach oben zu geben, damit es weiter verteilt wird. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Opening, was am Freitag ist. Oder halt, wenn ihr Bock habt, auf einen Stream. Am Donnerstag auf Twitch gibt es auch wieder einen Stream. Ah nein, wahrscheinlich auf YouTube. Ganz ehrlich. Ganz sicher. Hier auf YouTube könnt ihr wahrscheinlich noch einen Stream. In dem Sinne. Tschüss bis dann. Euer Marcel. Ciao, ciao. Ciao, ciao.